also hier haben wir den super beliebten kauft mehr feuerwerk pullover gibt es auch als hoodie als mögliche also das wird derzeit verkauft egal also ich will da jetzt auch gar nicht mit prallen oder so ich bin wirklich einfach nur dankbar dass der der mitsch so gut ankommt dass ihr ihn so unglaublich pusht supportet und weil er euch einfach gefällt auch bestellt und das ja wie gesagt ich bin sprachlos das ist unfassbar ich verkauf in drei tagen jetzt seitdem der shop offen ist mehr als in den letzten zwei jahren mit dem alten shop was heißt mehr ich würde sagen schon ist drei oder vier fache es ist einfach unfassbar es gibt auch die alten designs es gibt wie gesagt das stern logo auch es kommt noch viel dazu das hier gefällt mir halt extrem gut kommt auf schwarz halt auch sehr sehr geil und das schönste ist ihr bestellt einfach in meinem merch shop schickt mir bei instagram kurz ein foto wenn der merch angekommen ist oder bestellbestätigung wie ihr wollt und ich antworte euch dann ganz kurz und wenn das album fertig ist woran ich gerade arbeite und da möchte ich halt auch zufrieden sein kriegt ihr einfach den download link da habt ihr das komplette album alle rechte bei einem song könnte es sein das schreibe ich dann dazu dass ihn nicht monetarisieren können ansonsten könnt ihr alle songs einfach frei verwenden für eure ganzen videos das ist bei fast kein rap so sonst gibt es immer probleme es kann immer sein dass der beat producer dann doch euch irgendwann mal ärger macht ärger bereitet weil wir büros wir rapper haben die rechte nicht an den songs meistens weil wir einfach welche nehmen von anderen im internet und dann vielleicht auch werbung verzichten oder vielleicht auch diese diesen 20 euro zahlen oder so aber ihr macht es ja nicht das heißt ihr könnt alle dann irgendwie stress bekommen das möchte ich mit diesem album verhindern deswegen ja nehme ich mir auch so viel zeit die beats ich habe da alle rechte an allem ja ihr müsst im prinzip nichts machen verlinkungen wäre natürlich cool und deswegen lohnt es sich denke ich sehr für euch ja wenn ihr einfach merch könnt auch hier einfach so eine tasse kaufen ist egal was ihr kauft könnt auch das billigste produkt kaufen im shop ihr kriegt auf jeden fall dann die tage das komplette album mit alten hits mit neuen hits und mit ganz ganz alten von 2007 wo ich mal sehr gespannt bin auf eure meinung wie ihr seht hier gibt es auch viele röder artikel und sowas die werde ich alle noch verlosen und auch pyro web gutscheine wert von 250 euro röder wert von 250 euro dann pyroland gutscheine von pyroland kommt auch noch merch dazu also da kommt wirklich einiges auf euch zu 25.000 abonnenten geknackt das soll natürlich gebührend gefeiert werden ja und deswegen gibt es halt auch zu jedem merch artikel wo wir sehr sehr viel mühe reingesteckt haben dann noch mal vielen vielen dank an pyro special gibt es einfach das album gratis dazu und für alle richtig krassen hardcore knalltrauma fans gibt es das album auch noch mal richtig als cd mit hülle mit allen drum und dran cover sehr limitiert wird wahrscheinlich in ein zwei tagen ausverkauft sein gebe ich bei insta dann bekannt wenn es das zu kaufen gibt oder zu merch dazu gibt und das wird aber nur zwei drei tage so sein so ich würde sagen jetzt ganz wichtig aufpassen das ist jetzt der wichtigste zeitpunkt und zwar bis dienstag ja spart ihr 20 prozent wenn ihr bei der bestellung bei meinem store einfach trauma groß geschrieben 20 dahinter also trauma 20 als code eingebt ja dann spart ihr noch mal 20 prozent bis dienstag also bis ersten zwölften also einfach heute bestellen am besten und ja bestellbestätigung schickt die mir zu ihr kriegt dann die tage auf jeden fall den download link ja und wie gesagt haut da rein jungs lasst es ordentlich krachen vielen vielen dank für den krassen support an alle meine sponsoren an alle meine knalltrauma pyro jungs am pyro special an pyro extrem an high speed fireworks am mr pyro manager und an alle die ich jetzt vergessen habe ich habe euch wirklich alle im herzen freue mich extrem auf silvester wir sollten uns alle freuen auf diese wunderschöne vorfreude zeit auf alles was jetzt auf uns zukommt und ja genießt es einfach zündet bewusst zündet einfach verantwortungsvoll und genießt jeden moment an silvester kostet wirklich jede minute aus wer weiß wie es weitergeht haut darin jungs das ist ordentlich krachen und bis weiter Lass uns ein Zeichen setzen, kauf mehr Feuerwerk Knall Trauma Pyro Scream genau in euer Herz Kauf mehr Feuerwerk, bring Farbe in das triste Leben Wenigstens Silvester will ich deine Augen glitzern sehen Lass uns ein Zeichen setzen, kauf mehr Feuerwerk Knall Trauma Pyro Scream genau in euer Herz Kauf mehr Feuerwerk, bring Farbe in das triste Leben Wenigstens Silvester will ich deine Augen glitzern sehen